Hallo, Simon hier vom YouTube-Kanal TheBadBeard. Gerade hat Bungie das erste Destiny 2 Gameplay gezeigt. Dazu gab es auch noch eine ganze Menge Informationen, was sich in Destiny 2 denn tatsächlich ändert, was es für neue Features gibt und so weiter. Und das Wichtigste habe ich hier für euch zusammengefasst. Als erstes, Destiny 2 sieht aus wie Destiny 1. Also es sieht nicht so aus, als ob sie die Engine jetzt großartig geändert hätten. Vielleicht im Detail aufgebessert, aber im Großen und Ganzen sah es aus wie der erste Teil. Was jetzt erstmal nicht schlimm ist, denn die Art Direction in Destiny fand ich schon immer großartig. Sowieso in allen Bungie-Spielen bisher, was sie wirklich drauf haben, muss man ja sagen, ist einfach diese Welten zum Leben erwecken, enorme monumentale Sci-Fi-Bauten, die haben sie auf jeden Fall wieder drin. Die Welten sehen total großartig aus und eben auch anders, als was man im ersten Teil so gesehen hat. Aber dazu komme ich nachher nochmal im Detail. Der zweite Punkt, den ich jetzt direkt erwähnen muss, ist, dass auf jeden Fall eins klar geworden ist. Sie haben sich das Feedback der Community zu Herzen genommen. Nun bin ich jemand gewesen, der Destiny ja viel gespielt hat, gern gespielt hat, aber ich war auch nicht leise, wenn es was zu kritisieren gab. Das wisst ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr mir schon länger zuschaut. Das eben hauptsächlich aus dem Grund, weil ich so viel Potenzial in dem Spiel gesehen habe. Und es gab eben einfach Punkte, die noch verbesserungsfähig waren. Und da war sich die Community relativ einig, die meisten dieser Punkte und die größten dieser Punkte haben sie in dieser Präsentation nochmal direkt angesprochen und gesagt, wie sie denn in Zukunft versuchen, das anders zu machen. Und das fand ich wirklich, war echt der beste Aspekt von diesem Gameplay-Reveal, mal abgesehen vom Gameplay, dass man wirklich das Gefühl hatte, sie haben echt auf die Community gehört. Zum einen wäre da die Story, wo man in Destiny 1 noch eben Grimoire-Karten lesen musste, auf irgendeiner Website, um ein bisschen was von der Story zu kriegen. Und ihr wisst, ich bin ein Fan von dieser Story gewesen, von diesem Universum. Und man hat es einfach echt schwer als jemand, der sich dafür interessiert hat, wenn man wirklich wissen wollte, was abgeht. Das wurde mit den späteren Expansions besser. Da gab es mehr Cutscenes, da wurde mehr, ja, mit euch geredet. Also die Charaktere haben mehr mit euch gesprochen, es gab mehr Exposition, es wurde mehr erklärt. Aber die Story war eben dennoch ein bisschen nebulös und versteckt. Das soll sich jetzt im zweiten Teil ändern. Sie haben wirklich hundertmal erwähnt, wie sehr sie doch jetzt die Story auf jeden Fall im Fokus haben. Das heißt, es wird in den Missionen jetzt Cutscenes geben, die Charaktere reden mit euch. Hat auch so eine Bungie-Mitarbeiterin während dem Stream so lustigerweise in die Kamera direkt gesagt, ja, jetzt gibt es Charaktere, die mit euch reden. Ähm, wenn ihr die ganzen Leaks und so weiter nicht mitbekommen habt, zu denen ich auch Videos gemacht habe, die Story dreht sich um die Kabal, eine Fraktion, die im ersten Teil ja wirklich ein bisschen zu kurz gekommen ist, zumindest storytechnisch. Ghaul, der Anführer der Roten Legion, übernimmt quasi die Erde und den Turm, also die Heimat der Guardians aus dem ersten Teil. Ihr werdet komplett entwurzelt sozusagen, denn ihr verliert nämlich auch alles, was ihr in Destiny 1 hattet. Das war auch eben ein Teil dieser Leaks. Das wusste man schon lange, aber jetzt haben sie es nochmal gesagt. Destiny 2 ist ein kompletter Neuanfang für alle. In der Story macht das tatsächlich auch Sinn. Es wird eben alles zerstört. Ihr werdet über das Sonnensystem verteilt. Und die Story wird sich dann eben darum drehen, dass ihr das alles, was ihr verloren habt, wieder aufbaut. Quasi so eine klassische Revenge-Story. Ihr werdet auch alle wieder Level 1 sein. Ihr werdet alle eure lichtbasierten Fähigkeiten verlieren. Ist auch eben storytechnisch dadurch begründet, dass Ghaul den Traveller in Gewahrsam nimmt und so quasi allen Guardians den Hahn zudreht, beziehungsweise die Verbindung zum Traveller kappt. Speziell haben sie jetzt noch gesagt, dass jeder der wichtigen Vanguard-Charaktere, also Kate Six, Ikora und so weiter, eine eigene Story bekommt. Die gehen nämlich mit diesem Verlust alle unterschiedlich um und ihr müsst die quasi wieder zusammensuchen, zusammenfinden, die Band wieder zusammenbringen, ähnlich wie in Blues Brothers. Das klingt aber auf jeden Fall nach einem guten Aufhänger, um eben auch ein bisschen Charakterentwicklung mit reinzubringen. Das haben sie ganz kurz angeschnitten. Die sind nämlich auch über das Sonnensystem verteilt. Auf den vier neuen Welten, die es gibt, da haben wir einmal ein neues Gebiet auf der Erde. Die European Dead Zone, die ist ja als Multiplayer-Karte ab und zu mal gab, zumindest ein Ausschnitt davon, ist jetzt endlich ein spielbares Gebiet und sie haben gesagt, die ist zweimal so groß wie das größte Gebiet, was sie bisher gemacht haben in Destiny. Also das sind eben die neuen Patrouillengebiete. Außerdem gibt es noch Titan, Io und Nessus als neue Planeten. Die sind auch visuell sehr unterschiedlich. Ich fand das Design ziemlich gut. Highlights sind zum Beispiel ein Planet, der komplett von einem Ozean bedeckt ist, wo ihr euch auf Plattformen oder alten Ruinen, Gebäuden und so weiter über diesen Ozean bewegt und ein neuer Dschungelplanet mit einer abgefahrenen Flora und Fauna, die auch direkt vom Cover von irgendeinem Science-Fiction-Buch aus den 70ern kommen könnte. Also da ist auf jeden Fall eine Menge interessantes Zeug dabei. Wie diese Planeten bzw. das Patrouillengebiet aufgebaut ist, hat sich auch grundlegend geändert. Ihr habt jetzt eine Map, die euch zum Beispiel Timings für so Public Events direkt anzeigt, wenn irgendwas in der Welt live passiert, bekommt ihr das mit. Ihr könnt, ohne erst in den Orbit zu fliegen, und das fand ich ziemlich gut, direkt den nächsten Planeten ansteuern, dann umgeht ihr quasi diesen einen Schritt, erstmal im Orbit warten zu müssen, sondern fliegt direkt zum neuen Planeten. Die Map allgemein soll eben auch ausgebaut werden. Ihr sollt mehr mitbekommen, was die anderen Spieler machen, mehr mitbekommen, was da los ist. Es wird eben auch Siedlungen geben. Das Ganze erinnert dann eben wahrscheinlich mehr, wie ich in den Videos zu den Leaks ja auch schon erwähnt habe, an so ein klassisches MMO wie World of Warcraft, wo ihr dann eben Questgeber habt und so weiter. Und das finde ich auf jeden Fall eine gute Idee, weil dann ist man einfach mehr drin in der Geschichte. Es wird sicherlich noch immer das unsichtbare Matchmaking in Anführungszeichen geben, also dass Leute in eure Welt hinein gefacet werden. Aber das Ganze soll eben viel lebendiger wirken. Die Patrouille an sich wird auch ausgeweitet. Es gibt offensichtlich hinter jeder Ecke was zu finden, überall was versteckt. Das fand ich ja persönlich in The Taken King so großartig, dass in dem Schiff überall so kleine Puzzles waren, so Schatztruhen versteckt. Sowas soll es jetzt viel mehr geben. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, als sie die ganze Zeit so über die Cinematic Story geredet haben, dass so ein bisschen dieses Mysteriöse, was Destiny ab und zu so hat, verloren geht. Also diese ganzen versteckten Sachen. Aber Bungie wäre nicht Bungie, wenn sie nicht irgendwie extrem schwer zu finden des Secrets und so in ihren Spielen hätten. Und das klingt also so, als ob das immer noch der Fall ist. Ist aber auch kein Wunder, dass es sich an The Taken King und diesen Gameplay-Elementen, von denen ich gerade gesprochen habe, orientiert. Denn der Game-Lead-Designer ist Luke Smith, der auch für dieses Add-on verantwortlich war. Auf jeden Fall denke ich, das war eine gute und auch bewusste Wahl. Denn The Taken King ist auch in der Community sehr gut angekommen. Des Weiteren haben sie von sogenannten Lost Sectors geredet. Die sollen wohl zu gewissen Zeitpunkten erscheinen und so eine Art Mini-Dungeon sein, mit einem Boss am Ende und Loot am Ende. Speziell designt für Solo-Spieler oder Leute eben, die in der Patrouille unterwegs sind. Es gibt eben auch diesen Teil der Community, der nicht die ganze Zeit geradet hat, der nicht die ganze Zeit Trials of Osiris gespielt hat und so, sondern einfach lieber alleine unterwegs war, so ein Planet erkundet hat. Und es soll jetzt eben einfach viel mehr zu erkunden geben. An diesen Spielertyp wird also auch gedacht. Aber Destiny lebt eben nun mal hauptsächlich von der Community, von den Spielern, die sich in Gruppen zusammenfinden, die Raids jede Woche laufen. Ich habe ja selber auch Community-Gruppen, Bad Beards Crew als Playstation-Gruppe oder auch als Destiny-Clan, die eben dafür da sind, dass Leute Mitspieler finden können. Eine Sache, die das Spiel nicht ganz so leicht gemacht hat, denn ähnlich wie die Story auf den Grimoire-Karten war die Clan-Funktionalität komplett ausgelagert. Man musste eben auf eine Seite gehen und sich da dann einloggen und so. Das ist jetzt auch anders. Clans sind jetzt endlich ins Spiel integriert. Außerdem gibt es sogar ein Belohnungssystem für diejenigen, die einfach Teil von einem Clan sind, die eben nicht die Zeit haben, jede Woche den Raid zu laufen und so. Die bekommen dann auch für den Fortschritt, den der Clan allgemein macht, Belohnung. Außerdem können sich die Clans auch Banner designen. Das ist wahrscheinlich auch ein Item, was man dann in der Welt platzieren kann, wenn man irgendwie im Crucible oder so, PvP unterwegs ist oder so. Und im Zusammenhang mit dem neuen Clansystem wird es auch endlich Matchmaking für Endgame-Aktivitäten geben. Bungie hat es jetzt auch ein bisschen gerechtfertigt, warum es eben die ganzen Jahre lang kein Matchmaking gab. Das haben sie ja öfter schon mal so kurz erwähnt. Sie wollten eben vermeiden, dass man da dann mit Spielern zusammenkommt, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will. Sie wollten es fördern, dass man Gruppen bildet, dass man einen Clan bildet, eine Gilde, dass man sich trifft und eben den Raid miteinander organisiert. Dumm nur, dass das eben nur außerhalb vom Spiel ging. Gut, die Spieler haben einen Weg gefunden. Das Spiel hat offenbar eben die Leute so sehr mitgerissen, dass es dann so Sachen wie Destiny LFG gab. Ihr kennt das ja alle. Trotzdem haben sie gesagt, ist es wohl so, dass über 50% der Spieler Endgame-Aktivitäten wie zum Beispiel die Raids nie gesehen haben. Und wenn es nach mir geht, sind die Raids mit die besten Sachen, die in Destiny eben passieren, von den Mechaniken her, vom Bombast einfach. Das ist natürlich schade, ne? Daher wird man jetzt als Clan so ein LFG-System im Spiel haben, wo man dann sagen kann, wir sind Clan X, wir suchen Spieler folgender Art für folgende Aktivität, Raid, Trials, wie auch immer, was es dann sein wird. Und als Solo-Spieler kann man sich dann die Clans durchschauen, die da gerade irgendwie offene Gruppen haben, und dann sagen, ich möchte bei denen mitspielen, die klingen lustig und so. Da hat man halt eine kleine Beschreibung stehen, was den Clan so ausmacht. Ich bin mir auch sicher, da es denen eben so wichtig ist, dass die Leute da keine schlechten Erfahrungen machen mit Arschlöchern online, dass es ein Bewertungssystem geben wird, einmal für die Clans, aber auch für die Solo-Spieler. Die nennen das Ganze Guided Games, und ich konnte nicht anders, als irgendwie an die Sherpas zu denken, die Raid-Sherpas, die auf Reddit und so unterwegs sind, und neue Spieler dabei unterstützen, den Raid zu bewältigen. Es ist also klar, sie haben von ihrer eigenen Community gelernt. Ich finde aber am besten, dass man dann in der Situation, die jeder von uns kennt, man ist gerade bei einem Boss im Raid, und irgendwer muss Kaffee trinken mit seiner Freundin oder so, und dann fehlt plötzlich ein Spieler. Dass man in dieser Situation nicht mehr stundenlang auf LFG rumsucht, und dann am Ende doch alle einfach aufhören, und man ins Bett geht, dass man das jetzt eben im Spiel machen kann, und es dann hoffentlich auch schneller geht. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass Destiny 2 auch für PC erscheinen wird. Jetzt haben sie angekündigt, Activision Blizzard wird das Ganze über Battle.net. Jetzt heißt es, glaube ich, einfach Blizzard oder so. Also die haben den Namen ja neulich geändert. Laufen wird, sehr smarte Entscheidung, finde ich. Das ist eine bestehende Infrastruktur, die wirklich funktioniert. Battle.net ist einfach extrem zuverlässig. Dann hat man auch Cross-Game-Chat zwischen WoW und eben den ganzen anderen Blizzard-Games, die im Moment halt Hyper-Shit sind wie Overwatch und so. Total smart von Activision. Ich glaube, die Destiny-PC-Community wird auf jeden Fall dementsprechend auch ganz schön groß werden, alleine über die Werbung, die sie dann auf dem Battle.net schalten können. Ich kenne ganz viele PC-Spieler, die totales Interesse an dem Spiel hatten, aber eben noch nicht reingekommen sind. Ist aber auch irgendwo absolut passend, weil es da quasi zu Hause ist, denn Blizzard hat Bungie bei der Entwicklung von Destiny mit so ein paar Kerntipps unterstützt, wie sie eben ihre Philosophie für World of Warcraft damals gefunden haben und quasi das Fundament von Destiny sind auch mit ein paar Ideen von Blizzard selber. Das heißt, ja, Destiny is coming home oder so. Wie auch immer. Auf jeden Fall eine smarte Entscheidung. Noch so ein paar kurze Infos am Rande. Es gibt einen neuen Raid, zumindest in der Standard-Version von Destiny 2. Natürlich werden dann wieder DLC-Packs, ähnlich wie beim ersten Teil, kommen, wo der neue Content drin ist, dann ein neuer Raid und so. Darüber hat man natürlich jetzt nicht genaueres gehört. Ist ja klar, die wollen jetzt erstmal das Spiel an sich ankündigen. Strike-Missionen sind auch wieder drin. Die glücklichen Leute, die jetzt eben beim Reveal live dabei waren, im Publikum, die dürfen das Ganze auch anzocken. Ihr könnt selber im Sommer in der Beta rein spielen. Drei neue Subklassen wurden angekündigt, jeweils eine für Titan, Warlock und Hunter. Die waren alle mehr oder weniger Waffen- beziehungsweise Nahkampf basiert, weil das ist offensichtlich gut angekommen. Der Titan kriegt dann so ein Schild und kann Captain America-Style einmal reinhauen und das Ding dann auch werfen und das fliegt so zwischen den Gegnern hin und her. Sieht ziemlich cool aus. Der Hunter bekommt so einen Mönchskampfstab, mit dem er alles ummähen kann. Sieht nach Kung-Fu aus und finde ich richtig klasse. Warlock bekommt ein Feuerschwert, das auch einen Distanzangriff hat. Sieht alles ziemlich fancy aus. Allgemein der typische Bombast, den Destiny halt auch schon im ersten Teil hatte, was die Animationen und die Action anging. Sieht man ja auch jetzt im Gameplay im Hintergrund. Da gab es auch eine ganze Menge von. Ich werde also die Tage auch nochmal den Stream da in Ruhe durchgehen und sehen, was die da so überall für Easter Eggs versteckt haben, für neue Waffen und so gezeigt haben und dann wahrscheinlich nochmal diese Informationen für euch rausziehen und ein Video drüber machen. Ansonsten findet ihr natürlich viele weitere Videos zu Destiny. Wenn ihr schon länger dabei seid, wisst ihr das auf meinem Kanal, aber auch ganz viel anderen Kram zu Videospielen, Reviews zu neuen Games wie Prey oder Yooka-Lele sind auch vor ein paar Tagen online gekommen. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Wird mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde euch natürlich, wie immer, was Destiny angeht, auch auf dem Laufenden halten. Also schaut einfach öfter mal auf YouTube, Facebook, Twitter, etc. mal bei mir vorbei. Da überall oder hier in den YouTube-Kommentaren könnt ihr mich auch gerne wissen lassen, was ihr von dieser Ankündigung haltet, ob ihr total Hype seid für Destiny 2. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!